Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben gleich zu Beginn der Legislaturperiode den immerwährenden Antrag der Linkspartei wieder zu beraten, nämlich Sanktionen bei Hartz IV bzw. Leistungseinschränkungen in der Sozialhilfe abzuschaffen. Das haben wir, die Frau Kollegin Kipping hat es ja auch gesagt, am 06.06.2014 bereits mal abgearbeitet, das Thema. Herr Kollege Birkwald, da müssen Sie aber auch daran denken, dass die damals erfolgte Anhörung ein eindeutiges Bild ergeben hat, nämlich für die Beibehaltung von Sanktionen und nicht gegen oder nicht für die Abschaffung, sondern Sie haben Ihr Ziel, auch unter dem Gesichtspunkt der gesamten Wissenschaft und alles, was aufgefahren worden ist, sozusagen nicht erreicht, Ihren Antrag damit also substanziell zu untermauern. Und da ist es mit entscheidend, dass wir hier im Grundsatz fördern und fordern hier letztendlich auch über Sanktionen nicht hinwegkommen. Und das bedeutet, und es wird ja sehr maßvoll umgegangen, verschiedene Redner, Pascal Kober hat es ja bereits auch verdeutlicht, nur bei drei Prozent wären überhaupt Sanktionen mit ausgesprochen. Und jetzt sage ich mal, wenn jemand in Hartz-IV-Bezug ist, dann hat er auch die Pflicht und Schuldigkeit, zumindest Termine einzuhalten und, wenn es geht, die Angebote der Bundesagentur für Arbeit auch mit zu übernehmen und dementsprechend anzutreten. Und wir haben ja die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die Kollegin Schimpke hat ja darauf hingewiesen, wenn wir jetzt im Januar eine Arbeitslosigkeit, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 27 Jahren zu verzeichnen haben, wenn wir 200.000 weniger Arbeitslose haben, das ist wie im Januar 2017, wenn wir 736.000 offene Stellen gemeldet haben bei den Bundesagenturen für Arbeit, dann gibt es die Chancen. Und das bedeutet, dass die Mitwirkungspflicht von Hartz-IV-Empfängern einfach gegeben ist, ihre Bedürftigkeit, wenn es geht, zu beenden und damit in Eigenverantwortung auch wieder ein Leben bestreiten zu können und im Besonderen natürlich dann für Familien und in besonderer Weise in der Verantwortung auch gegenüber den Kindern. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rosemann zu? Ja. Wo ist der? SPD-Fraktion. Also, draußen. Herr Kollege Straubinger, Sie haben ja auf die Sachverständigen verwiesen. Können Sie mir denn einen einzigen Sachverständigen außer dem Herrn Seehofer über die Bild-Zeitung nennen, der das verschärfte Sanktionsrecht für unter 25-Jährige noch für richtig hält? Ich halte es für richtig. Ganz einfach. Denn es ist ja besonders, Jugendliche heranzuführen, hier auch in Verantwortung zu bringen, das gehört mit dazu und deshalb ist es richtig, hier verschärft die Sanktionsregeln auch mit anzuwenden und das hat sich auch bewährt. Und vor allen Dingen, wenn jetzt immer fabuliert wird, ob die Sanktionen verfassungswidrig seien, also warten wir es ab, was die Gerichte dazu entscheiden. Also, ich bin überzeugt, dass die Verfassungsmäßigkeit auch gegeben ist. Aber ich sage auch ganz offen, wir müssen in der neuen Legislatur darüber vielleicht Überlegungen anstellen, wie wir Sanktionen vielleicht zukünftig mehr in Pauschalbeträgen und Sonstiges also auch mit dann tätigen können. Also, da bin ich mit überzeugt, dass wir dementsprechend also auch neue Antworten zu finden haben. Aber, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es kann nicht sein, dass sich jemand sozusagen ein Recht auf Faulheit herausnehmen würde, das wäre eine Überforderung letztendlich der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Und wenn hier dargelegt worden ist, dass ja auch Niedrigeinkunftsbezieher hier Sozialabgaben zu leisten haben, dann ist es gerade in Verantwortung gegenüber den hart arbeitenden Menschen, die vielleicht nicht einen hohen Verdienst haben, ist es eine Pflicht und Schuldigkeit des Hartz-IV-Beziehers, auch seine eigene Arbeitslosigkeit zu beenden und einen Beitrag dazu leisten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.